Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode hier auf Tessi Supply. Wir blicken heute unter anderem auf das Thema Hardware 3 und ein kostenloses Update unter folgenden Bedingungen, die ich dir gleich noch sagen werde. Und wir haben noch einige andere spannende Nachrichten. Starten wir also gleich mal rein mit dem Thema Hardware 3. Denn im Laufe des Jahres 2024 hatten wir immer öfters ja auch hier auf diesem Kanal genau das Thema, was passiert eigentlich, wenn du ein Tesla Model 3 oder Tesla Model Y mit Hardware 3 hast und dann kommt in drei, vier Jahren plötzlich FSD Supervised nach Europa und Tesla würde sagen, Pech gehabt. Du kannst jetzt FSD Supervised nicht nutzen, weil es ist ja bis dato gar nicht klar, ob Hardware 3 wirklich all das machen kann, was wir bereits in den USA sehen und ob das irgendwann ein Limit geben wird. Sprich, dass du mit Hardware 4 nur die Möglichkeiten hast, dein Fahrzeug wirklich autonom fahren zu lassen. Jetzt wirst du natürlich wieder denken, naja, Marian, du bist verrückt, bis das irgendwann mal in Europa kommt. Ja, es wird aber irgendwann kommen. Und somit ist es natürlich wichtig, dass wenn du einen Tesla besitzt und den eben halt nicht nur drei Jahre hast, sondern über einen längeren Zeitraum, kann es ja sein, dass du sagst, hey, ich bin jetzt bereit, wird trotzdem nach all den Zweifeln, die ich über die Jahre hatte, mir FSD Supervised zu holen. Und jetzt gibt es hier, wie du sehen kannst, auch eine offizielle Bestätigung. Das ist eine Aussage von Elon Musk, immer noch mit Vorsichtigkeit zu genießen. Wir wissen das alle. Am Ende müssen natürlich auch wirklich dann Tatsachen folgen. Aber wir sehen hier, dass wenn du also ein Hardware 3 Auto hast, ein Auto mit dieser alten Hardware drinne, dann würdest du, wenn du dann auch FSD gekauft hast, das ist natürlich die Voraussetzung, oder dann eben halt das Abonnement, das wird hier nicht thematisiert, und Hardware 3 würde nicht funktionieren für FSD, dann bekommst du ein kostenloses Upgrade. Diese Frage, ist dieses Upgrade möglich, wurde ja oft gestellt über die letzten Monate, und deswegen ist das so ein wichtiges Video und auch so eine wichtige Information, denn viele haben sich natürlich überlegt, hey, wenn ich mir jetzt ein Tesla Model Y kaufe, ich will gar nicht ein Auto mit Hardware 3 haben. Dann weiß ich ja gar nicht, ob FSD Supervised gegebenenfalls irgendwann funktioniert. Und hier ist jetzt also die Auflösung. Sollte das auch von Tesla dann wirklich so umgesetzt werden, wie Elon Musk hier sagt, bedeutet das in der Praxis, wenn du ein Tesla Model 3 hast mit Hardware 3, dann würde, wenn du dann irgendwann in Zukunft dir FSD auch kaufst, dann auch ein kostenloses Upgrade auf Hardware 4 stattfinden. Das findet natürlich auch nur statt, sollte Tesla nicht in der Lage sein, FSD Supervised auf Hardware 3 auch möglich zu machen. Sollten sie das natürlich schaffen, und alles funktioniert so einwandfrei wie auf Hardware 4, dann ist natürlich dieses Upgrade nicht nötig, aber für den Fall, dass man es nicht schafft, alle technischen Möglichkeiten, die mit Hardware 4 möglich sind, auf Hardware 3 auch aufzuspielen, dann wird man das hier in dem Falle machen. Du kannst ja mal gerne dein Feedback dalassen, was du dazu denkst. Ich glaube, das ist ein sehr guter Weg, wie man Bestandskunden, die ein Auto haben, und das vielleicht 6, 7, 8 Jahre fahren oder länger. Diese Kunden gibt es ja auch, und seitdem die Förderung ja weg ist, gibt es ja auch nicht mehr dieses Förderungsthema, hey, ich verkaufe nach einem halben oder einem Jahr mein Auto ins Ausland. Das hat ja auch ein bisschen abgenommen, und von daher wird ja die Dauer, die jemand sein Auto hält, und wenn er es dann auch wirklich gekauft hat und nicht geleased hat, grundsätzlich wahrscheinlich etwas länger werden jetzt. Und deswegen ist dieses Thema, sollte dann FSD für dich auch interessant sein, sicherlich sehr gut. Dann blicken wir als nächstes auf das Thema Software-Update, denn vor wenigen Tagen gab es ja noch mal ein Update, und mit der Version 2024.3.8.4 kommt auch ein Sentry-Mode-Update. Und hier also noch mal als Erinnerung, bereits Anfang des Jahres, im Februar, gab es hier erste Informationen dazu, dass der Konsum der Energie für diese Funktion um 40% reduziert werden soll. Das heißt, auch hier wird wieder gespart, und das ist gut, in dem Falle gut, weil es fällt ja nichts weg, sondern es wird einfach weniger Strom verbraucht für diese Funktion, und 40% ist doch da schon mal ein gutes Update. Dann gucken wir einmal kurz nach Austin, Texas. Da gibt es auch ein Update, basierend auf den Daten, die man hier erhält, auch wenn es um den Aufbau der Produktion und den ganzen Bereich der Fabrik geht, dann sieht es wohl aus, dass bei Ende 2025 man das gesamte Gebäude dann auch fertig hat. Von außen ist man ja bereits fertig, aber es geht vor allem um den Ausbau der Produktion, die arbeiten innerhalb des Gebäudes, und da wird man wohl Ende nächsten Jahres dann fertig sein. Können wir also gespannt sein, wie hoch dann die Produktion am Ende in Austin, Texas irgendwann sein wird. In diesem Moment würde ich sagen, wenn China nicht weiter ausbaut, wird irgendwann Austin, Texas vielleicht die größte Fabrik für Tesla sein. Dann blicken wir einmal nach Korea, denn aus Korea gibt es tatsächlich Nachrichten, und die bestätigen anhand von Quellen, dass wohl das Model 2 bzw. ein Affordable Car, wir wissen es ja von dem Finanzergebnis, da wurde ja auch davon gesprochen, im ersten halben Jahr 2025 sollen ja neue Modelle vorgestellt werden, und hier wird jetzt davon gesprochen, dass im dritten Quartal 2025 laut eines südkoreanischen Analysten und Informationen von Lieferanten dann in Giga Shanghai dieses neue Affordable Car rauskommen soll. Wie es dann am Ende aussieht, ob es basierend auf einer bestehenden Plattform ist, wie zum Beispiel die Model 3 oder die Model Y, das sind ja alles noch offene Fragen. Wir wissen aber jetzt nun, dass wenn das im dritten Quartal 2025 passiert, dann würde wahrscheinlich Tesla hier gezwungen sein, dieses Fabrikgebäude auszubauen. Man ist ja gerade am absoluten Limit, wenn man jetzt also das Volumen noch weiter erhöhen möchte, muss man expandieren. Das gleiche gilt ja für Grünheide, hatte ich ja auch schon mal drüber gesprochen, und somit wird man hier irgendwas machen müssen. Es wäre sehr ungewöhnlich, wenn man plötzlich 20% der Produktion nimmt, um ein günstigeres Modell zu verkaufen, vor allem weil ja das Volumen tendenziell noch viel, viel größer sein wird, als für das Model 3 und das Model Y. Also können wir gespannt sein. Drittes Quartal würde ja bedeuten, es müsste eigentlich in wenigen Wochen schon losgehen. China ist nun mal schnell bei Fabrikgebäuden und diese aufzubauen. Das würde bedeuten, man hat hier ein halbes Jahr Zeit. Und wir wissen aus den Finanzinformationen, dem Finanzergebnis vom letzten Quartal, dass man vom ersten Halbjahr gesprochen wird, hat. Das sind sicherlich Ziele, die Tesla selber hat. Drittes Quartal würde ich noch so in diese Tesla-Timeframes einordnen, dass es dann eben halt nicht erstes Quartal, erstes Halbjahr wird, sondern drittes Quartal 2025. Schauen wir mal, was am Ende sich bewahrheiten wird. Und als guter Letzt habe ich noch mal hier einen Forecast für das vierte Quartal. Wie gehabt auch hier von AJ Aloyo kannst du ihn auf X dann auch finden, der wirklich sehr, sehr gute Arbeit macht, hier anhand von Daten, Erfahrungswerten, hier schon mal einen Forecast zu erstellen. Wir sind ja bereits Ende Oktober. Hier gibt es sicherlich dann jetzt auch schon die ersten Daten, die wir ja auch von den Auslieferungen haben. Und man kann so ein bisschen abschätzen, wo auch das Energiegeschäft hingehen wird. Fürs vierte Quartal erwarten wir, das ist jetzt in diesem Moment der Fall, sollte jetzt nichts Ungewöhnliches passieren, im November oder Dezember irgendeine Krise, die dazu führt, dass wir diese Zahlen korrigieren müssen, dann wird davon ausgegangen, dass das erste Mal in der Geschichte von Tesla in einem Quartal über eine Million, eine halbe Million, eine Million sind wir noch nicht so weit, aber eine halbe Million, also 514.000 und 515.000 circa Fahrzeuge zugelassen werden, beziehungsweise ausgeliefert werden. Dann haben wir hier, wenn das passieren würde, insgesamt bei den Auslieferungen ein Wachstum von 6,3%. Wenn es um den Gross Profit geht, geht man davon aus, dass dieser um 11,2% steigt zum letzten Jahr. Bitte bedenke hier immer, Margen sind runtergegangen, beziehungsweise haben sich ja erst jetzt wieder erholt. Und es ist natürlich so, dass die Preise auch runtergegangen sind. Also auch der Umsatz, deswegen auch hier vom letzten Jahr zu diesem Jahr nur ein Plus von 3%, in diesem Fall zum Quartal letzten Jahres. Also es ist so, dass der Fokus in diesem Jahr wirklich auf dem Energiegeschäft, dem Servicegeschäft ist. Da sehen wir ja wirklich richtig gute Wachstumsraten. Zum Beispiel im Energiebereich erwarten wir jetzt hier einen neuen Rekord von 3,267 Milliarden. Das wäre ein Wachstum von 127%. Quartal über Quartal wären es sogar 37%. Da geht es richtig los. Aber eben halt beim Gross Profit auch. Und ob sich das jetzt noch leicht variiert, das wissen wir alle. Ein Forecast kann auch noch ein wenig daneben liegen. Von 2, 3% würde ich das bei der Arbeit von AJ einschätzen. Und da siehst du auch zum Beispiel den Energiebereich. Vielleicht können wir es wirklich schaffen, dass er eine Milliarde Gross Profit beim Energiegeschäft geschafft wird. Und dann ist der Weg zu den 4,5 Milliarden im Autobereich gar nicht mehr so weit. Bei den Wachstumsraten im Vergleich zum Autogeschäft wird das Energiegeschäft vielleicht in 4,5 Jahren es wirklich schaffen, das Autogeschäft einzuholen. Und dann hat natürlich Tesla eine Ausnahmesituation im Vergleich zu vielen Autobauern. Sie können natürlich das Energiegeschäft nutzen, um noch mehr Marktanteile sich zu holen. Also gegebenenfalls sogar die Marge noch etwas niedriger zu machen, Preise zu reduzieren und dadurch dann eben halt zu sagen, hey, wir haben über die Masse mehr Profit, aber nicht pro Auto. Und das ist natürlich eine geniale Strategie, wenn sie Tesla umsetzen würde und würde der Elektromobilität dann auch langfristig weiterhelfen. Ja, ich hoffe, dass dir der Content gefallen hat. Wenn du Zubehör brauchst, Link in der Beschreibung mit Tessi 2024. Kannst du natürlich Rabatt bekommen, 10%. Außerdem haben wir eine große Auswahl von Winterkompletträdern. Wenn du also hier dir ein Tesla Model Y, ein Tesla Model 3 oder auch die Performance-Variante des Tesla Model 3 dir gekauft hast oder kaufen wirst, dann kannst du jetzt schon mal zuschlagen und mit I Love Tessi bekommst du einen kostenlosen Versand. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Mach's gut, bis dann und tschüss.